Die Firma Kunststoffmeier legt Kunststoffeier aus Polyvinylchlorid. Herr Meier hat da schon den richtigen Dreh. Er sagt, die Welt wird schöner durch PVC. Sie hat ihn gefragt, ob sie ein Püree aufbraten soll. Püree? Ja, ihr Auftritt. Wieso Püree? Meine Mutter hat einen Untermieter. Meine Schwester heißt Polyester. Die lutscht nun schon bald neun Jahre. Immer denselben gelben Plastikbonbon. Das ist eben spitzenfahre. Ja, meine kleine Schwester. Die Popli. Ärzte. Die Popli. Die Popli. Die Popli. Die Popli. Die Popli. Die Popli. Herr Pisanelli. Herr Pisanelli. Sie ist ein erwachsener Mensch. Aber nicht so. So nicht. Wir pflegen unseren Körper mit Styropor. Mit echtem Polyglast und Foliarin. Und auch nicht einer oder keiner liebt. Ja. Mama war früher Sängerin. Seine Schwester heißt Polyester. Die lutscht nun schon bald neun Jahre. Immer dasselbe gelbe Plastikküree. Das ist eben spitzenfahre. Ja, seine kleine Schwester, die Polyester. Die Pist. Die Pist. V. C. Ha! V. 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 V.